Einen ganz wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu unserer wundervollen Graphen-Algorithmen-Tutorial-Reihe hier dieses Mal wieder in Python. Und ja, ich hoffe, ihr erinnert euch noch daran, dass wir letztes Mal uns mit der Tiefensuche beschäftigt haben und vorletztes Mal haben wir die Breitensuche in Python implementiert. Hier sehen wir auch das Ganze normal. Also ich habe hier den Graph als Default-Dict und ich habe hier im Endeffekt die Kante einfach hinzugefügt. Das hier war so ein kleiner Workaround, damit das Default-Dict ausgetrickst wird und wir auch Kanten haben, die keine Knoten verzeichnet haben in unserem Graphen, die keine ausgehende Kante haben. Und dann haben wir hier eine Use-Funktion für die Knoten, die einfach nur den Knoten ausgibt, wobei ihr da natürlich machen dürft, was ihr wollt mit diesem Knoten. Ja, und in unserem Fall ist das jetzt soweit gut. Wir wollen jetzt als Alternative zur Breitensuche noch die Tiefensuche ausgeben. Und wir sehen hier, die Breitensuche hat 0, 2, 4, 1, 3 ausgegeben. Mal gucken, was die Tiefensuche macht. Gut, das heißt, wir schreiben uns erstmal hier eine Funktion Tiefensuche rein und die bekommt natürlich auch wieder ein Self und ein, ne, wir brauchen nicht mal, beziehungsweise doch, wir brauchen ein Start-Objekt hier, beziehungsweise einen Start-Knoten. So, und was wir jetzt hier machen, ist selbstverständlich wieder hier genau dasselbe wie bei der Breitensuche auch. Wir brauchen ein Visited Array, das uns sozusagen die ganzen Knoten auf False setzt. Und zwar mal der Länge unseres Graphen Self, Self.Graph wollte ich schreiben. Die Klammern hier kann ich eigentlich weglassen, die brauchen wir nicht. So, und ja, jetzt können wir hier tatsächlich mit diesem Visited Array arbeiten und wir sagen, wir setzen selbstverständlich unseren ersten Knoten. Damit würden wir dann quasi starten und dann gehen wir von diesem Knoten aus und so weiter und so fort. Jetzt ist euch aber vielleicht schon aufgefallen, dass dieser Algorithmus ein bisschen anders funktioniert. Und zwar, wir müssen jeden Knoten für sich betrachten. Und das bedeutet, wir müssen jeden Knoten nacheinander betrachten. Sprich, wir müssen eigentlich, oder wir könnten das Ganze rekursiv implementieren. Das heißt, wir schreiben eine Funktion, die sich sozusagen immer wieder selbst aufruft. Und das machen wir jetzt mal hier. Wir schreiben eine Funktion, Tiefensuche util, ja, und die ist jetzt quasi unsere rekursive Funktion. Wir sagen self, ah, das geht hier drin nicht, ne, okay, dann muss ich es doch nach außen packen. Das ist eine util-Funktion, deswegen schreiben wir einen Bodenstrich vorne dran. Können wir eigentlich auch hier diesen Bodenstrich util weglassen. Also die Tiefensuche, diese Funktionen in Python mit Bodenstrich vorne dran, die sollten immer nur intern in der Klasse aufrufen werden. Die sollte man nicht von außerhalb aufrufen, deswegen haben sie einen Bodenstrich vorne dran. Und genau, jetzt haben wir hier ein self drin. Also selbstverständlich bekommen wir den Graph wieder. Dann bekommen wir den Knoten, also v, mit dem wir arbeiten wollen. Und wir müssen das visited array auch übergeben, damit wir wissen, welcher Knoten eigentlich schon besucht wurde. Und das Ding wird jetzt rekursiv, also ruft sich quasi rekursiv wieder auf. So, und ja, was wir jetzt hier machen ist, wir gehen erstmal her und setzen visited von v auf true. Und wir geben natürlich wieder mal v aus, indem wir use benutzen. Das heißt self.use von v, weil wir diesen Knoten jetzt hier verwendet haben. Und dann gehen wir durch alle Knoten durch, die er hat. Hier oben bei der Breitensuche haben wir die einfach alle in die Queue eingefügt. Hier gehen wir die jetzt wirklich, also wir traversieren durch sie durch. Das heißt, wir sagen hier for i in self.graph von v. Da wollen wir jetzt was machen. Naja, wir wollen sie natürlich nur betrachten, wenn sie noch nicht besucht wurden. Also if visited von i gleich gleich false, beziehungsweise wenn es true ist, dann brechen wir ab. Das ist quasi äquivalent. Und hier sagen wir jetzt dann natürlich self.bodenstrich Tiefensuche. Und da geben wir dann natürlich i rein. Das ist der Knoten, der hier in dieser Liste drin steht. Also wir geben i hier rein und wir geben das visited array mit rein. Und dann gehen wir da quasi immer weiter in die Tiefe rein. Und wir gehen wieder in die Tiefe rein und wir gehen wieder in die Tiefe rein. Ihr seht hier, diese Rekursion wird ausgeführt, bevor der Knoten v hier fertig verarbeitet wurde. Das heißt, wir gehen erst in die Rekursion rein. Dann gehen wir wieder zurück zu diesem Knoten und gehen in den nächsten Knoten hier rein. So hatten wir die Tiefensuche im letzten Video definiert. Und ja, jetzt müssen wir das Ding natürlich noch aufrufen. Sprich, ah ja genau, und wir können hier dieses ist gleich ist gleich false, können wir einfach schreiben als not visited, beziehungsweise in Python-Schreibweise not visited. Und dann ist das, glaube ich, ein bisschen, ja, sexier, wenn man das so schreiben möchte. Okay, und ja, hier drin rufen wir jetzt einfach bloß die Tiefensuche, also die Bodenstrich Tiefensuche. Ach so, ja, self.bodenstrich Tiefensuche mit unserem Startknoten auf. Das ist der erste Knoten, den wir betrachten, von dem fangen wir quasi an. Und mit dem visited Array, das aktuell einfach nur komplett false ist. Ja, das ist quasi einfach nur die Startfunktion hier für die Tiefensuche. Und das hier ist rekursiv. Wir können die hier nicht rekursiv verwenden, weil wir sonst jedes Mal das visited Array wieder komplett auf false setzen würden. Das wäre natürlich katastrophal, weil wir da nicht speichern würden, was wir da gemacht haben. Und deswegen brauchen wir diese Helferfunktion da oben. So, und wenn wir jetzt hier die Tiefensuche statt der Breitensuche starten, beziehungsweise wir starten erst die Breitensuche und dann die Tiefensuche, fangen selbstverständlich auch mit 0 an, dann füllen wir das mal aus. Und dann sehen wir hier, okay, vielleicht soll ich hier noch ein Print starte Tiefensuche machen, damit wir auch wissen, wo wir wechseln. So, und wenn wir jetzt hier sind, dann sehen wir hier, okay, wir starten die Tiefensuche. Wir gehen von 0 auf 2, auf 4, auf 1, auf 3. Lasst uns nochmal ganz kurz den Graph hier ausgeben. Und zwar möchte ich hier mir meinen Graphen ausgeben, damit ich euch auch zeigen kann, wie das Ganze dann abläuft. Self.graph wird ausgegeben. So, der Graph sieht folgendermaßen aus. Wir gehen von 0, also da starten wir ja. Wir gehen auf 2 und von 2, da nehmen wir diese Kante hier und gehen auf 4. Wir nehmen nicht die Kante von 0 auf 4, sondern wir nehmen die Kante von 2 auf 4. Von 4 gehen wir dann auf 1 und von 1 gehen wir auf 3 und 3 hat keine ausgehenden Kanten, das heißt, wir gehen zurück zu 1. Bei 1 gucken wir nach, oh, okay, die 3 haben wir schon behandelt, also gehen wir wieder zurück zur 4. Zur 4, dann gehen wir hier auf die 0 und dann merken wir hier plötzlich, oh, ja gut, das bringt mir nichts, also gehe ich wieder zurück zur 4, weil die 0 hatten wir ja schon. Also die 0 ist ja visited, das heißt, wir gehen zur 2 und die 2 ist auch visited, also gehen wir zurück hier zu diesem Knoten. Ja, und die 2, naja, die ist fertig hier, das heißt, wir haben hier die 4 fertig gemacht, also gehen wir zurück zur 0 und dann merken wir, yo, 2 hatten wir gerade, jetzt kommt die 4 dran, also haben wir die auch fertig. Also es ist eigentlich sogar derselbe Output 0, 2, 4, 1, 3, 0, 2, 4, 1, 3, aber der Unterschied ist, wie wir da durchgehen, welche Kanten wir verwenden. Bei dem zweiten, also bei der Tiefensuche, verwenden wir eben die Kante 0 auf 2 und dann 2 auf 4. Bei der Breitensuche verwenden wir 0 auf 2, 0 auf 4 und die 2 auf 4 verwenden wir gar nicht direkt, um die 4 zu besuchen. Und das ist der große Unterschied. Probiert das Ganze mal bitte mit anderen Parametern, also mit anderen Kanten hier aus, macht mal einen richtig großen Graphen und ja, versucht das tatsächlich mal euch auch zu visualisieren. Das heißt, malt euch euren Graphen aus und als kleine Übung, verwendet doch bitte mal das Haus vom Nikolaus, das wir auch letztes Mal verwendet haben. Gut, das war es von meiner Seite hier tatsächlich schon wieder. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.